Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 16. Oktober. Heute haben wir dabei Paul Allen, Sonos, Palm, Casio und Pokémon Go. Beginnen tun wir mit der schlechtesten Nachricht des Tages. Paul Allen, der Microsoft-Mitbegründer, ist im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Den Krebs hat er schon 2009 mehr oder weniger besiegt, aber der ist jetzt zurückgekommen und jetzt ist wirklich Schicht im Schacht. Er hat keine Kinder, hinterlässt eine Schwester und von daher für die Tech-Welt ein trauriger Tag. Denn zusammen mit Bill Gates hat er 75 Microsoft gegründet. Angeblich hat er auch den Namen erfunden und war halt auch maßgeblich daran beteiligt, dass die damals das Quick & Dirty OS gekauft haben, was sie dann hinterher an IBM weiter lizenziert haben und den Tech-Giganten aufgebaut haben dadurch. Ja, also er hat noch ganz viele andere Sachen gemacht. Link ist in den Shownotes, wenn es euch interessiert. Mir ist er in den letzten Jahren auch ganz groß immer als Besitzer diverser Sportteams im Auge geblieben, weil ich da einfach ja auch selber in der NFL und in der NBA interessiert bin. Von daher, ja, also wie gesagt, ein trauriger Tag. Und jetzt gehen wir mal zu den Banalitäten des Tech-Tages über. Und das erste richtige, in Anführungsstrichen, Thema ist Sonos. Die haben ihren Desktop-Controller in eine neue Optik gepackt und gleichzeitig ohne Ende-Funktionen rausgestrichen. Ich verstehe, wer will, auch wenn ganz viele ihre Sonos-Geräte mit den Apps bedienen. Der Desktop-Controller war da, der hat funktioniert, der war nicht schön, aber jetzt haben sie ein bisschen schöner gemacht, aber dafür ohne Ende Settings entfernt und wollen sich jetzt weiter auf die mobilen Apps konzentrieren. Aber da frage ich mich, warum sie dann überhaupt den Desktop-Controller überhaupt noch leben lassen. Ich würde mir bei denen, also bei Sonos generell wünschen, dass die lieber ein schönes Web-Interface hätten, was ich nutzen kann, zum Beispiel auf einem alten iPad, wo es nämlich keine Sonos-App gibt. Nächstes Thema, Palm. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an den Palm Pilot PDA-Intre erinnert, den es da mal vor ein paar Jahren gab, also vor Jahrzehnten gab, besser gesagt. Ja, und Palm ist ja mittlerweile nach x Varianten eigentlich auch nur noch ein Markenname, der weitergereicht wird. Und jetzt kommt unter dem Markennamen Palm ein Ultra-Mobile-Smartphone auf den Markt. Sprich, es ist ein ganz kleines Smartphone. Auf den Fotos denke ich immer irgendwie direkt einen iPod Nano. Und ja, es hat ein 3,3-Inch-Display. Das ist, wenn man sich überlegt, das erste iPhone hatte ein 3,5-Inch-Display. Gar nicht mal so klein eigentlich, denn vor zehn Jahren waren wir ja total fein anscheinend mit einem 3,5-Display. Und ja, also ein interessantes Gerät. Derzeit in Amerika exklusiv bei Verizon, also dem Mobilfunkanbieter Verizon. Sprich, man kann es halt nicht mit einem normalen, sag ich mal, anderen Vertrag von T-Mobile oder von AT&T in Amerika benutzen. Soll 349 Dollar kosten. Und unter anderem ist Stephen Curry, MBE-Star, auch da mit drin als Investor. Und hat das Gerät auch in seinem Training eingesetzt. Von der Oberfläche, also ist ein Android drauf, 8.1. Von der Oberfläche erinnert es mich ein bisschen so an eine Apple Watch mit den ganzen Icons für die diversen Apps. Und ja, platzieren wollen die das im Markt eigentlich zwischen einer Smartwatch und eben einem richtigen Smartphone. Ja, ein Markt, der eigentlich gar nicht existiert. Und den würde ich jetzt echt mal sagen, wahrscheinlich auch keiner braucht und haben möchte. Aber warten wir mal ab, was damit wird. Solange es eh ein Verizon-Exklusiv ist, ist das eh überschaubar, was für ein Markt da für das Gerät entweder existiert oder nicht. Ganz anderer Markt, Uhren, Casio. Die haben 1983 ja die erste G-Shock-Uhr rausgebracht. Also den dicken Plastikbomber, der ordentlich was abkonnte. Auch schon ein richtiges ikonisches Teil für viele Jugendliche und Fashion-Interessierte. Und da gibt es ja X-Varianten. Das Ding wird heute noch verkauft. Sieht praktisch immer noch aus wie vor, ja, was sind das jetzt mittlerweile? Ja, fast 40 Jahre in ein paar Jahren. Nee, 35, genau, vor 35 Jahren. So, und es hat 35 Jahre gebraucht, dass das Ding jetzt endlich mal technologisch vorangebracht wird, denn es bekommt jetzt Bluetooth. Es wird keine Smartwatch, aber es bekommt Bluetooth. Und warum? Und das macht total Sinn, damit man mit einer App die Uhr einstellen kann. Also wer schon mal so eine G-Shock eingestellt hat, der weiß, dass man da mit vier Buttons ganz schön viel drücken muss, um diverse Uhrzeiten, Weltzeiten und Alarmzeiten einzustellen. Und das kann man jetzt durch Bluetooth ganz einfach machen mit einer App. Finde ich eine clevere, pfiffige Idee und ganz ernsthaft, warum haben die das nicht schon vor zehn Jahren gebracht? Oder zumindest vor fünf Jahren mit Bluetooth LE. Naja, jetzt ist es auf jeden Fall da und Start war halt eine Uhr, aber ich denke, das wird halt ordentlich bei denen ausgerollt. Das macht halt einfach Sinn. Ja, letztes Thema für heute, auch Thema ausgerollt, ist Niantic. Die haben Pokémon Go ein Update verpasst, also fürs iPhone kam es auch heute raus. Und übers Wochenende haben die ja immer wieder die neuen Starter-Pokémon aus der vierten Generation geteasert. Und was ist? Nichts ist passiert. Alle dachten, heute um 22 Uhr geht's los. Sprich, heute ist halt gestern, wenn ihr das hört. Denn generell gingen halt die neuen Pokémons immer so 22 Uhr an den Start. Und der Count dann vom dritten zum ersten Starter war ja auch beendet am Sonntag. Aber es ist nichts passiert. Also doch, es ist was passiert, aber es sind keine neuen Pokémon aufgetaucht. Denn es wurden diverse WP-Änderungen an den alten Pokémons gemacht. Sprich, die Stärken wurden verändert. Manche wurden stärker, manche wurden schwächer. Und manche haben dadurch auch Lebensenergie verloren. Und auf einmal war es auch wieder rückgängig gemacht. Also Niantic hat irgendwas gemacht, dann wieder zurückgedreht. Es hat diverse Spieler verwirrt. Und Stand jetzt ist, ja, wir haben alle ein Update für die App bekommen. Aber es ist nichts Neues passiert. Warten wir mal ab, ob wir morgen da Neues zu berichten haben. Ich vermute, diese Woche wird es auf jeden Fall passieren. Und dann hört ihr es hier natürlich hier im Daily. Ja, und das war es auch schon für heute. Also, kommt gut in den Dienstag rein. Und ich hoffe, wir hören uns morgen am Mittwoch wieder. Bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.